Ab in die Höhle. Bisschen ausharren hier. So. So geht's weiter. Ja, ja. Ich weiß. Eisen-Oxid. Äh, was haben wir denn hier alles drin? Da war noch ein bisschen Schild. Kommen wir da irgendwie rein? Kriechen können wir nicht. Wir müssen auf die andere Seite. Hier, ne? Ja, hier. Hier, hier, hier. Was haben wir hier? Schilder und Energie. Hier ist es warm. Und da, wo es warm ist, das sind diese Biester. Geh bloß weg. Lass mich hin, Rudow. Aha, ein Dolch. Ein Dolch, ja. Geht weg. Geh weg. Ja, Mann, oh. So ein Scheiß-Planeten mit diesen Monstern. Scheiß-Planeten mit diesem Viecher. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Gehst du weg? leichte dass die christen noch nicht mal kaputt das muss ich weg wegen den wächtern weil die es auch nicht lieben wenn man tiere tötet kohlenstoff ich war das nicht ich war das nicht hier kriege ich noch was her aber ich brauche tag um 9 da oben ist gesundheit da oben ist gesundheit hier na komm dich will ich na komm gesundheit als maximum davon habe ich ja mittlerweile auch schon genug was das denn jetzt auch alles das gleiche gibt es wirklich sehr wenig unser schiff ist da das ist das unterhalb des felses ist es da nicht wärmer ist nur stabiler weil sonst müssen wir zum schiff an die da unten ist noch was kommt man da drunter wahrscheinlich aber nicht wieder hoch schiff schiff Aha, aha. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Keine Tiere? Mittlerweile schon richtig Schiss vor diesen Tieren. Aber hier ist alles unterhöhlt, ne? Wie viel haben wir denn davon? Genug. Wir brauchen das. Ja. Nehmen wir das. Das kriegst du nicht. Aber das. Okay. Okay. Super. Wow. Wo kommen wir denn hier hin? Wir brauchen mal hier keine Probleme mit der Temperatur. Eine Minute dreißig. Ich hoffe, dass wir auch keine Probleme mit den Tieren haben. Ich glaube, da wo dieses Geflickerer hier ist, mit diesen Lämpchen und so, da geht's dir gut. Was? Da geht's wieder raus. Das nicht, das nicht. Was kracht da so? Aha, aha, aha. Aha. Ankunft hinein. Ist das unser Raumschiff? Nee. Schön sieht's aus. Da ist unser Raumschiff. Kommen wir eh nicht hin. Reisemeilenstein erreicht. Aber das liegt da oben. Das haben wir da schon erreicht. 5.000 Uhr. Super. 5.000 Uhr. Okay, okay, okay. Reisen. Ähm. Komm nicht weiter. Hier lang. Gar nichts. Na, kommen wir hier so hoch? Ja, super. Mal wieder aufladen. Und dann können wir auch wieder laufen. Da, 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 da. Da. Die brauchen wir. Da brauchen wir noch ein paar mehr von. Genau. Da unten. Oh, ich steh mich auch mit. Wie viel haben wir jetzt? Oh. Ja, 102. Wie viel brauchen wir? Vielleicht reicht's ja schon. Vielleicht reicht's ja schon. Äh, nee. So. Äh. Exo-Anzug. Na, mit den Tasten ist besser. Ja, das, äh, geht rüber. Ja, das reicht. Ein bisschen haben wir noch. Das reicht erstmal. Das reicht erstmal. Dann ab zum Schiff. Ich will weg von diesem Planeten. Mit diesem... Mit dem Eis und diesem Monster. Oh. Die scheinen wohl, was größer zu sein. Äh. Ich hoffe, die sind nicht bösartig. Ich hoffe, das wäre dann schon. Wir haben Schnabel. Ähm. Oh, zum Starten. Wege drückt halten. Zum Verlassen. Kreise Meilenstein erreicht. Aha. Boah. Da. Nachher weiter fliegen. Und beschleunigen den Weg gedrückt halten. Ähm. Hochfliegen. So. So. Okay. Aha, dann gucken wir doch mal. Ah, das ist... Vielleicht muss ich die doch mal umdrehen, die Steuerung. Wo sind wir denn hier? Und? Wie funktioniert das mit dem Landen? Da haben wir auch was. Aha, aha. Lande doch mal. W gedrückt halten. Ja, ich will aber nicht. W. Optionen, Raumschiff. Mö, mö. Ah, je, je, je. Nee, ich mach das so. Optionen. Äh, nee. Steuerung. Da. Unklar. 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 Super. Und jetzt? Schon besser. Wuhu. 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 So ist es einfacher. Okay, nach oben und ab geht's. Raus aus der grünen Hölle. Die ist ja echt grausam. Wow. Ein bisschen langsamer. Und was haben wir hier? Ah, ah, au. So, Hyperantritt, äh, langen Hyperantritt bauen, Hyperantritt auftanken. So. Irgendwo war doch dieser komisch grüne, oh, oh, oh. Oh, da ist die Sonne. Und das... Aha. Das ist unser Klasse 3, äh, drei Planeten und Lichtjahre, derzeitiger Standort. Vier Planeten, zwei Monde, unentdeckt. 72 Lichtjahre. Kein Hyperantritt installiert. Ja, gut, okay. Ah, ah, dringen. Achso, Navigationsdaten empfangen. Wen haben wir denn da? Signalübertragung entdeckt. Ankunft in zwei Wochen, super. Boah, da ist das Signal. Ähm. Was haben wir denn hier zum Reparieren? Ja, das sind die Impulse. Ja, klar. Okay. Okay. Okay, und der Exoanzug. So. Mein Name war von der Zierer. Gerade eine mit der Tradition der Kultur der Viking. Aha. Super. Ich glaube, ich sammle noch was von dem hier. today. Das war's. Vielen Dank.